Was ist das für wen? Welchen? Für Game One. MTV Game One. Ja. Kennt ihr die Sendung? Könnt ihr die Sendung? Also ist jetzt nicht für TV, ist für die Website. Müsst ihr Schott wieder an? Nee, nee, nee. Erklär ich euch alles, wenn die Kamera an ist. Habt ihr Zeit? Erklär ich, komm. Problem ist, Penny macht vielleicht zu. Ich muss noch kurz Alkohol drauf machen. Okay, und dann hättest du Bock? Du? Nee, komm. Also es wird dann Spaß machen, wirklich. Ja, mach rein. Soll ich dann stehen und du erklärst uns irgendwas und dann... Fertig, dann gehen wir wieder. Ich bin nicht schädig. Okay, okay, ich... Nein, wenn sie nein sagt, dann musst du praktizieren. Wirklich? Ja. Aber mach trotzdem den Move mit, okay? Mal sehen, ob du ihn lernen kannst, okay? Ja. Aber jetzt filmst du mit. Okay, erstmal Hi. Hi. Wie heißt du? Mira. Mira? Ja. Hi, ich bin Ian. Roja. Du filmst schon, ne? Wie heißt du? Ja, natürlich film ich. Das ist ja gerade die Anmulation hier. Wie heißt du? Roja. Roja und Mira. Ja. Richtig? Cool. Das will ich aber echt mal lernen. Ich verzweifle wirklich daran. Hast du es mal versucht, oder was? Natürlich. Ja, aber ich kenne auch keine Formel dafür. Hast du früher einen gehabt zu Hause, oder was? Ich hab so einen. Du hast so einen? Ja. Nein, ich rede von... Ne, das ist fürs Mikro. Ja. Ja. Hier, nimm mal. Ups. 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 Ich hab den Namen vergessen. Was? Deinen Namen vergessen? Ne, den Algorithm. Ach so. 12 OLL Algorithmus. Okay. Okay? Ja. So, warte mal. Check, check. 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 Ja, check. Bla. Ich hab Hunger. Zähle was über dich. Ne, das lieber nicht. Studierst du? Nein. Arbeitest du? Ja. Das wär kein Problem. Okay, wie alt bist du? 26. 26? Ja. Hahaha. Also. Hallo, ich bin Mira. Ja, ja. Hallo, ich bin Mira und ich bring euch den 12. OLL Algorithmus bei. Was? Mach mal auf. Auf? Filmst du? Ja. Dann mach ich jetzt mal auf, ne? Ja. Ist auf. Ach, da sind ja mehr, aber ich nehm nur einen, ne? Der lässt sich gut drehen, aber der fühlt sich auch ein bisschen billig an, weil der sich so schnell verrutscht, also er schnell wieder verrutscht. Muss ich das halten? Ich weiß nicht, der ist halt, also es geht halt einfach mit dem, aber zu einfach, dass man das schnell wieder aus der Seen verwischt, ne? Verstehe. Hier, probier auch, drück den Trub aus. Probier, sag doch mal ein bisschen was dazu. Nein, sie will nicht. Der ist ganz schwer. Ganz schwer, okay. So eine an, sowas kenn ich halt. Und dann muss man immer so, dann knackt das. Ach so, das ist Modell Diane Buhon. Ja, sag ich schon. Also, der ist ganz cool. Ja, weil der so Klickgeräusche macht. Magst du Klickgeräusche? Klick, klick, klick. Der, nee. Nee. Der sieht am besten aus. Ne, ich nehm den. Der ist am besten. Es war so klar, dass du den aussuchst, der am besten aussieht. Jede Frau sucht den aus, der am besten aussieht. Aber den findest du am hübschesten, oder was? Und er macht Klick auch ein bisschen. Na gut. Nee, der ist wirklich der Beste vom Gefühl her. Er klickt nicht nur, er quietscht auch sogar. Er ist der Beste und er sieht am besten aus. Mira wird mit Modell Cube4U Leucht Edition Cube. Leucht Edition, geil. Schon im Dunkeln. Ja, der leuchtet im Dunkeln. Also, der Move, diese vier Züge, die du jetzt gerade gelernt hast, die heißen Sexy Move. Weil der so sexy in den Fingern liegt. Weißt du, den kannst du... Ja, okay. Vorher, vor dem Sexy Move, kommt halt ein F. Das ist so, die Frontseite, die du dir zeigt, die reißt du so runter. Im Uhrzeigersinn. Also, vielleicht so runter, okay? Wie oft. Einmal. Einmal. Eine Vierteldrehung. Ja, ja. Eine Vierteldrehung noch. Nicht nur eine Frontseite nehmen, sondern wir nehmen zwei Frontseiten. Okay. Und dann kommt wieder Sexy Move. Und dann aber auch zwei wieder zurück. Das ist alles. Also nochmal. Und dann wahrscheinlich auch das Weihnachten. Richtig. Ja, richtig. Das war richtig. So, jetzt machen wir den gesamten Move nochmal von vorne. Da hättest du Front wieder zurück machen müssen. Da schon? Ja, ja. Nach vier Züge. Sexy Move sind nur vier Züge. Ah, okay. Also, dann wieder so. Hä? Am Anfang hat es so gedreht, am Ende wieder so. Ne, ich dreh immer so. Was? Ich hab's nicht mitgedreht nochmal. Entschuldigung. Das war jetzt mal die erste Hälfte. Mach nochmal von vorne. Ja, also. So. Gut. Und wie geht's jetzt weiter? Ja. Richtig. Ja. Sehr gut. Ich hab's schon wieder. Ja. Also, ich glaub, du hast ihn schon drauf. Kriegst ihn nochmal hin? Mach nochmal. Ja. Bei dir. Ich will bei dir auch sehen. Los. Mach auch mal. Jetzt bin ich grad durcheinander. Oh. Also, wenn ihr euch beiden bedreht fühlt, dann sagt... Wir beide? Doch, doch, doch. Ich will von dir auch ne Zeit haben. Zumindest ne Zeit musst du mir machen. Wir können ja nicht mehr die ganze Zeit nicht mitmachen. Bethel, Bethel. Bethel. Zeig dir jetzt den Move nochmal, okay? Der Gewinner geht dann. Genau. Du musst ehrlich gesagt ein Ausgeber. Ich hab kein Geld. Okay. Eine Demonstration. Mit Augen zu. Warte. Hast du schon angefangen? Ja. Nochmal. Augen zu? Ja. Ah! Das kackt ein bisschen. Boah! Das war richtig. Ja, ich weiß. Aber ich kann's schneller mit Augen auf. Was? Schon voll professional hier. Geil. Da wird aber bei jemandem der Ehrgeiz geweckt. Ja. Bist du von Natur aus ehrgeizig? Nur bei solchen Spielen leider. Ah. Sonst nicht. Doch, aber nicht genug. Oh, ich krieg Adrenalin. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Na, ich auf Zahl. Ja, das ist so. Ich liebe das. Was machst du dann? Hä? Ich mach den richtigen und in die Ausgangsposition. Warum? Ja. Damit du, ähm, damit du vielleicht das richtige Bild drauf hast. Weißt du? Scheiße. Jetzt hast du mich so auseinandergebracht. Aber das war doch noch nicht das Ganze. Warte. So viel. Nein, nein, nein. Pass auf. Der ist dafür da, um alles gelb zu machen. Weißt du? Weil der jetzt zum Beispiel falsch... Warte mal. Alles gelb zu machen? Ja, das ist einer der Schritte. Ach so, man muss das alles... Du hast jetzt noch nicht... Nein, muss man nicht... Man muss das... Ich kann das auch durchprobieren. Alles gelb kriegen. Mira. Also. Du musst nur 5 Moves lernen, damit du ihn ganz komplett lösen kannst. Das ist nur ein Move? Und das hier ist Special Shit. Und wieso gibt's 39? Das hier ist Advanced Stuff. Wieso gibt's 39 Moves? Ne, es gibt's 57. Es ist insgesamt 57. Warum? Ich muss ja 57 Frauen beibringen, weißt du? Und alle ähnlichen. Du kommst den auch gleich hinaus. Man braucht aber einen Knüttel. Viele von denen haben sowas drin wie Sexy Move. Weißt du? Mit diesem Move kriegst du alles gelb. Das ist das, was ein OL-Algorithmus macht. Aber... Ja, ich krieg den ganzen Würfel richtig. Nein, nein. Du lernst jetzt nur einen Move, mit dem du alles gelb machen kannst. Wenn du den kompletten Würfel lernen musst, musst du noch diese 5 Moves vom Basic Tutorial lernen. Aber glaub mir, die sind nicht schwer. Jeder kann das easy lernen. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich kann ihn zu Hause zeigen. Guck mal. Okay. Toll. Okay, komm. Aber mit dem ist es eigentlich noch einfacher, ne? Nee, nee, nee. Mit dem ist es nicht. Ich krieg den Fall wirklich nicht hergestellt. Hier haben wir den Fall, den 12. Algorithmus, den Mira uns gleich zeigen wird. Hier haben wir quasi nur ein Punktchen auf der ganzen gelben Oberfläche. Bisher hatten wir ja solche Formen wie T oder Ecke oder Balken oder P. Hier wieder Ecke. Hier hast du einen Spitznamen dafür, weißt du was das sagen könnte? Also das meinst du? Das ist eine Raute, ein Tätelstein. Genau. Ja gut, Tätelstein. Hier hatten wir diese 1, die haben uns Sammy und so beigebracht. Spiegel verkehrt dann nochmal. Und jetzt sind wir beim 12. Algorithmus. Wir machen direkt auf die Zeit. Dann fang ich jetzt schon mal an? Nein, 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 noch nicht. Du musst die Zeit stoppen. Oh Gott, das ist ein Stress. Ich weiß, ich weiß. Weißt du wie das funktioniert? Du musst beide Handflächen drauflegen. Nein, aber ich muss das festhalten. Nee, den musst du hinlegen. Lass los. Lass los. Okay. Herz hinlegen. Handflächen drauf. Also? Ready when you are. Stopp, stopp, warte, warte, warte. Ich muss da drauf. Nicht so, nicht so, nicht so. Oh Gott, ey. Schon total aufhundert. Bäm. Okay, los. Du willst eine schnelle Zeit machen. Ich merk das schon. Nee, ähm. Am Anfang, du musst dir erst ein bisschen ruhen lassen, bis das grüne Licht leuchtet. Und dann? Dann geht's los. Ja, leg dir mal drauf deine Hände. Okay. Oh, guck mal. Entschuldige, ich hab dich auseinander geplant. Nochmal. Hier, das darf ich aber filmen. Ja? Nur wie sich das zeigt. Los. Also nochmal. Einmal hier. So. So. Hoch. Den nach rechts. Oder andersrum halt. So. Und dann wieder zurück. Dann nimmst du zwei nach rechts. Hoch. Runter. Mit dem anderen Zeigefinger, mit dem linken Zeigefinger zurück. Und die zwei wieder zurück. Ja? War gut, ne? Leg los, wenn du ready bist. Ich bin ready. Ich bin ready. Das war falsch, ne? Ich bin total dekeinander. So. 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 Ich weiß. Ich weiß. So geht das doch eigentlich, ne? Nach rechts. Achso. Nein, ich möchte nicht sprechen. Ich film jetzt nur deine Hände. Los. Ja, okay. Nein. Frontseite. Genau. Aber es ist fein. Du hast zum Schluss nur einen. Du hättest beide nehmen. Aber guck mal, was das für eine Zeit gewesen wäre. Du krieg auch einen. Welche hätte ich denn? Du hast zum Schluss nur eins gedreht. Dabei musst du doch beide zwingen. Aber dann wäre es ja auch falsch. Nee, du hättest beide... Mensch! Was ist denn? Ich weiß nicht, was schief ist. Ich will das nicht. Komm, ich will einmal, dass du es schaffst. Ich will, dass du es einmal schaffst. Du bist schon wieder irgendwas... Ich glaube, du vergisst immer, irgendwann rumzudrehen. Könntest du mal kurz gucken einmal? Ich kann durch den Suchern nichts erkennen. Deswegen weiß ich nie, was falsch ist. Okay, ich glaube, ich weiß... Ja, das ist wirklich sehr wichtig, dass man sich Ruhe nimmt. Sich nicht aus der Erfassung bringen lässt. Ruhig, passiv. Okay. Furcht, Zorn, Aggressivität, die dunkle Seite der Macht. Nicht verfallen. Okay. Das ist wieder... Warum? Ich habe es jetzt nicht vergessen. Was habe ich denn vergessen? Dann gehe ich wieder zurück. Ja, so habe ich es aber die ganze Zeit gemacht. Oh, stopp. So, jetzt noch einmal. Boah, das war schnell. Jetzt noch einmal. Hast du gesehen, wie schnell sie geschlagen hat? Okay, jetzt noch einmal, weil... Ey, du bist eigentlich super schnell. Ja, jetzt muss ich noch einmal, weil... Ich habe ja ein bisschen gehakt. Weil ihr habt mich aus der Fassung gebraucht. Machst du nochmal? Du hast es schon mal geschafft. Ich habe schon... Bevor hat ihr da ganze Kram gefüllt von... Da war ich doch Crack. Das bringt mich total nebeneinander. Ne, meiner ist anders. Nein, so. Wir meinen, ihr startet jetzt gleichzeitig? Okay. Oh, ne, das ist wirklich scheiße. Eins. Wartet, wartet, wartet. Okay, Hände erstmal... Stop, stop, stop. Ich habe ihn verdreht. Nein. Andro, ja. Wie rum denn jetzt? Jetzt ist ganz ruhig Blut, okay? Okay. Naja. Okay, also erstmal die Hände drauf. Habt ihr die Hände drauf. Leuchtet das grüne Licht. Ja. Okay, auf mein Kommando. 1, 2, 3, go! Ich habe es vergessen. Nein! Du Assi! Ihr habt es wegfallen gemacht. In welche Zeit? Nein! Ich habe den 1, 9. Ich habe es wegfallen. Das hast du aber ganz schön verbessert. Ich habe es durcheinander. Ja, natürlich. Ich kann es noch schneller. Vorher 17, ne? Ja, da war mit Haken. Ich kann noch schneller. Mach mal jetzt schnell. Ich will nicht mehr mitspielen. Das macht mich wahnsinnig. Einmal unter 10 Sekunden von Mira. Mach. Ich nicht. Ich habe meine Zeit schon gelöscht. Aber das war doch ein bisschen aufregend, oder? Das war vor ich quatschen. Nochmal. Okay, nein. Scheiße. Nochmal. Schade. Bereit? Ja. 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 Du bist schon über. Ja. Normal. Einmal noch. Okay. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Okay. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Irgendwie nicht. Du musst jetzt mal mal. Okay. Ja. Toll. Ja. Ach, scheiße, Mann. Am Anfang eigentlich. Ja. Ich muss das jetzt einmal unter meinen. Einmal noch, oder was? Zweimal noch, wenn das nicht klappt. Sicherheitshalber. Ah, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Oh, Mann. Das hat immer. Nimm mal einen anderen Würfel. Nee. Jetzt ist schon halt neu. Echt? Ja. Reit? Ich bin schon nah. Doch. Jetzt habe ich alles vergessen. Blackout. Ach du Scheiße. Nochmal. Das war der falsche Würfel. Das war falsch. Ich werde erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Darf ich einmal kurz gucken? Ja. Ja, ja. Der hat ein besseres Corner Cutting, ne? Das geht ja. Da kann man alles so mit einer. Ja. Guck mal. Das ist ein Unterschied, ne? Der andere hat ein bisschen mehr verkantet, oder? Ja, ich muss mir nur merken. Aber du machst das gut. Aber du machst das gut. Die Fingerhaltung ist echt gut. Ja. Also nochmal ganz kurz. Also. Weil jetzt kann ich es auch mit dem anders drehen. Also. Ja. 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 Guck mal. Der war jetzt bei 12. Ja. Ja. Das bringt mich. Ich muss ihn ja wenigstens hinkriegen. Ohne. Dann auch. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Du willst schon gehen, ne? Ja. Ist okay. Ein allerletztes Mal. Wow. Schon wieder 1,5. Nein, aber du bist schneller. Du warst 8,1. Äh, 8,12. Du bist schneller. Dann darf ich noch einmal. Wenn ich schneller werde. Ah. Okay. Nochmal. Okay. Reset. Okay. Das ist der Neue. Jo. Puh. Ich könnte es noch schneller. Aber jetzt habe ich das. Warte. Wir haben noch einen. Was macht ihr damit? Eine Seite fett. Das machen? Ich bin der neue Crack. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Vielen Dank für den 12. Also, du möchtest noch irgendwas sagen, beziehungsweise grüßen? Irgendwas warst du los? Ja. Das macht das Adrenalin vor. Und, ähm. Ja. Wer Crack was für dich? Klar. Du bist so ernst. Aber das ist so lustig. Ist jetzt dein Job. Ja, wer Crack was für mich? Wer Crack was für mich? Wer Crack was für mich? Danke schön. Auch dir vielen Dank, Roja. Macht's gut. Danke.